Eine wichtige Entscheidung zur Strafbarkeit der Klimakleber, wichtig vor allem deshalb, weil es eine der ersten höchstrichterlichen Entscheidungen ist. Ich werde euch heute erklären, warum ein Urteil vom Amtsgericht, was zu einer Verurteilung kam, zwar aufgehoben wurde, warum das aber trotzdem nicht unbedingt ein Sieg für die Klimakleber vor Gericht ist. Warum es aber andersherum auch, wenn sich diese Auffassung durchsetzt, eine Verurteilung erheblich erschweren wird und dazu führen wird, dass es dann wahrscheinlich in der nächsten Zeit relativ viele Verfahrensabsprachen geben wird, also wo dann die Anwälte sich mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht auf eine Einstellung, zum Beispiel nach 153a gegen eine geringe Geldbuße oder so entscheiden werden. Das alles in diesem Video. Zunächst einmal gibt es von mir ja schon ein paar Videos zu diesem Thema, wo ich das rechtlich einordne, euch auch meine Meinung dazu sage. Das will ich jetzt nicht nochmal machen, wenn euch das interessiert, schaut euch die anderen Videos dazu nochmal an, wo ich das ein bisschen auseinandernehme, was da juristisch relevant sein könnte oder nicht sein könnte. Hier beschäftigen wir uns ganz konkret mit dem Fall, den das Kammergericht Berlin entschieden hat und was die da entschieden haben und vor allen Dingen eben welche konkreten Hürden, die für eine Verurteilung hier hochgezogen haben. Ja, schauen wir uns das Ding doch am besten direkt an. Es gibt hier eine Pressemitteilung vom Kammergericht. Kammergericht bejaht Strafbarkeit von Straßenblockaden durch Klimaaktivisten. Ja, also da ist was dran, das ist strafbar, hebt jedoch die Entscheidung des Amtsgerichts Tiergarten wegen lückenhafter Beweiswürdigung auf. Und da würde ich jetzt zunächst mal gern mit euch mal angucken, was hier passiert war. Ja, also das Amtsgericht hatte hier eine 22-Jährige wegen Nötigung in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, also das volle Programm. Ja, zu einer Geldstrafe verurteilt und festgestellt, dass sich die Angeklagte an einer Straßenblockade der Gruppierung Aufstand der letzten Generation beteiligt und zur Erschwörung polizeilicher Maßnahmen auf der Fahrbahn festgeklebt hatte. Aber dann, diese Verurteilung hat jetzt der dritte Strafsenat des Kammergerichts aufgehoben und hat gesagt, das Urteil bildet keine tragfähige Grundlage, also die Beweiserhebung bildet keine tragfähige Grundlage für die Verurteilung. Sprich, theoretisch kann das strafbar sein, aber im konkreten Fall hast du, liebes Amtsgericht, nicht genug festgestellt, dass auch die Voraussetzungen, die Tatsachen hier vorliegen. Ja, und da erinnere ich ja immer an den Grundsatz in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, das heißt, der Richter muss zu nahezu vollständiger Überzeugung ganz geringe Restalternativen dürfen bleiben, aber er muss quasi sich sehr, sehr sicher sein, dass das so geschehen ist und dass diese Tatsachen so geschehen sind, wie er sie denn seinem Urteil zugrunde legt. Und diese Überzeugung, da kann man jetzt sagen, naja, kann der Richter ja von allem möglichen überzeugt sein, die ist nachprüfbar. Das heißt, die nächste Instanz kann gucken, trägt das, was der Richter da als festgestellt ansieht, trägt das die Verurteilung und genau das war hier nicht der Fall. Die sagen also zunächst einmal, dass grundsätzlich eine Strafbarkeit wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte nach 113 StGB vorliegen kann, wenn sich der Täter schon vor Beginn der Verstreckungshandlung auf der Fahrbahn mit Sekundenkleber festklebt, um die als beitere Räumung durch die Polizei zu erschweren. Das Festkleben sei in seiner physischen Wirkung einer Selbstanketten, also der Ankettung irgendwo, ja, Schloss und Schlüssel wegwerfen. Vergleichbar, dass das Loslösen der Klebeverbindung durch die Polizeibeamten rund eine Minute gedauert habe, stelle ein gewichtiges Indiz für einen gewaltsamen Widerstand dar. Was meinen die damit? Die sagen, wenn die sich da einfach hinsetzen, ja, dann, auch da gibt es ja Entscheidungen, kann das theoretisch ja auch noch ein Widerstand sein, aber in jedem Fall, wenn die das sich so festkleben, dass man sie nicht sofort wegnehmen kann, dann haben wir nach Auffassung des Kammergerichts grundsätzlich einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Etwas, was ich hier in meinen Besprechungen auch schon euch mal so skizziert hatte, ja. Also, das dürfte aus meiner Sicht auch relativ klar sein, ja. Dann, ähm, sagen die weiter auch eine Nötigung kommt hier in Betracht, ähm, und da sagen die jetzt aber ganz konkret, das Tatgericht muss sich hier in einer einzelfallbezogenen Abwägung unter anderem mit folgenden Gesichtspunkten auseinandersetzen. Und jetzt wird spannend, der Ankündigung der Blockade, der Dauer der Blockade, Art und Ausmaß der Blockade, den Motiven des Angeklagten, dem Zweck und der Zielrichtung der Demonstration. Ähm, das ist spannend, ja. Die sagen jetzt, also, das Amtsgericht kann nicht einfach sagen, ja, Klimablockade, weiß doch jeder, ist eine Nötigung, weil diese Ziele, die die da haben, das sind Fernziele, ja, und, äh, die Nahziele brauchen sie aber, ähm, das kann man nicht so einfach in einem Satz oder so wegwischen, sondern das muss alles ganz dezidiert, äh, anhand der auch festgestellten Tatsachen bei jedem einzelnen Beschuldigten, beziehungsweise Angeklagten in dem Fall, ja, muss das festgestellt werden. Und das, was das Amtsgericht, wir haben jetzt nicht die andere Entscheidung und so mal angeguckt, aber das, was das Amtsgericht da gemacht hat, reicht nicht. Diese Vorgabe, die richtet sich jetzt quasi an ein anderes Amtsgericht an, die das Ganze jetzt verwiesen wird und dort wird das alles nochmal neu aufgerollt. Und da wage ich mal die Prognose, ja, wenn der andere Amtsgericht das jetzt auf den Tisch kriegt, ähm, mit diesen Vorgaben und man jetzt als Anwalt da hingeht und auch mit der Staatsanwaltschaft und sagt, äh, Leute, wie wollen wir das denn hier alles noch feststellen, ja, äh, dass das vielleicht dann Basis für so eine Verfahrensabsprache sein könnte, in der Einstellung nach 153a zum Beispiel, ja, das ist so nur mal, wir werden ja vielleicht sehen, wie das weitergeht, das ist so mal eine grobe Prognose. Kann natürlich auch sein, dass der neue Amtsrichter sagt, nee, ich, das kann ich besser, ja, und das ist im nächsten Versuch startet, durchaus möglich, vor allen Dingen vor dem Hintergrund öffentlicher Druck und vielleicht, man weiß ja auch nie, ob der Richter selber morgens auch schon in der Blockade stand oder ob er eher mit dem Fahrrad vorbeifährt und sagt, na, ist ja auch eigentlich ganz vernünftig hier, ja, das weiß man ja nie so ganz genau. Wir haben ja von den Amtsrichtern auch schon unterschiedliche Entscheidungen gesehen, aber wie auch immer der Richter das machen will, er muss sich dezidiert mit diesen Fragen auseinandersetzen und da, ja, wage ich jetzt eben die Prognose, dass das nicht so einfach wird und dass das dazu führt, dass doch der eine oder andere Richter hier versuchen wird, solche Sachen durch eine Verfahrensabsprache zu beenden. Ganz konkret wird das Gericht eine erforderliche Einzelfallprüfung und keine pauschalen Geschichten, ach, neuer Kleber, Kleber, zack. Ja, das ist aus meiner Sicht auch zutreffend so, weil die Motive, die es im Hinblick ja auf die Verwerflichkeit, für die es ja auch darauf ankommt, die sind natürlich ganz entscheidend. Das macht einen Unterschied, ob da jemand ist, der sagt, ach, ich will ein bisschen Radau machen, ich will mal was erleben und klippe mich damit an, oder ob jemand da von Herzen überzeugt ist, dass das eine gute Sache ist und dass das dringend Notwendigkeit ist und dass morgen die Welt zusammensturzt. Das ist ein Unterschied, ja, in seinem Handeln, zumindest bei der Strafzumessung muss das gewürdigt werden, aber im Falle der Nötigung schon mal auf der Ebene der Verwerflichkeit, also schon mal der Frage der Strafbarkeit an sich. Wird ein spannendes Thema, ich werde es weiter begleiten, wenn euch es interessiert, abonniert gerne den Kanal und schreibt mir natürlich immer auch in den Kommentaren eure Meinung, wenn ihr der Meinung seid, das sei alles ganz anders oder wenn ihr es genauso seht.